Wir suchen für eine Doku Leute aus dem Viertel hier mit Migrationshintergrund und den habt ihr ja, oder? Wir wollen eine Serie mit uns drehen. Du bist kein Tschusch. Na und ich kann ein Tschusch werden? Das kommt ein bisschen so auf bulgarischer Striche, Junge. Also was? Red Peach Scheiße neben dir. Ich bin dein Ausländer, ey Bruder, guck mal ein Zehner. Kein Nächster mit jedem Verwandt und Verschweger. Man kann es auch über drei Meter Integration bis zu teppern.